Fumlin, 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 fumlin. Dann halt mit Stimme, jetzt hab ich gerade extra die Aufnahme mit Stimme abgebrochen, um ein Gameplay draus zu machen. Dann brech ich das Gameplay jetzt wieder ab. Geht los in 30 Sekunden. Ja, ich weiß, hab ich schon gemacht, alles gut. Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Ender. Moin. Und Kai. Hi. Beide natürlich wieder übelst hart motiviert. So kennt man natürlich die Desen. Okay, Ralf. Ey, Hottie, Alter, tryhard kein One-Stack, Digga. Alter, Hottie, Mann, du kleiner Schwester. Alter, Team Blau. Die Blau, mach ich mir richtig schief vor dir. Alter, Gelb, das sieht die Kombos von mir. Von dir? Haha. Achso, Gelb ist nur allein. Ich dachte schon, wo sind denn seine Mails, ey? Okay, das war nicht Fanny, oder? Ne, lass mal lieber. Okay. Was ist denn für pink, Mann? Oh, ja, nicht dein Bett ein, Steve. Wollte schon sagen. Wird das ein Farmed-Land-Rush? Oh, Farmed-Land-Rush gleich Mitte. Oh, Farmed-Land-Rush gleich Mitte. Das wird einfach ein Rush. Iiiiiss, Farmed-Land-Rush! Mein Gott! Yeah! Alles klar. Iiiiss, wir sehen uns in der nächsten Runde, friends! Weil ich jetzt dachte, er bestimmt einfach darüber, ob ich noch eine Runde aufnehme. Ja, Hilfe! Okay, jetzt muss ich wohl noch eine aufnehmen. Bis gleich! Jetzt muss... Wartezeit auf eine neue Runde. Ja, ich bin schon älter. Hier. Farmed-Land, 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 Farmed-Land. Farmed-Land. Yo, Leute! Leute, ich brauch'n Pick fürs Samt. Nee, kommt her. Leute, aber warte. Pick, pick, pick. Kommt zu Stats, weil wir sind Stats-Pusher. Okay, ja, okay. Alle zu den Stats, Leute. Stats wegen Stats-Pusher. Komm her! Ja, okay. Wir sind Stats-Pusher. Leute, nebeneinander, nicht ineinander. Kai! Ich bin aber nur Platz 3. Okay. Natürlich, oder? ich bin ich bin Platz 1 Leute ich bin in Platz 1 also bin ich Platz 1 Leute guckt ich bin in Platz 1 Leute hey wo bist du in... oh lol hey lol Platz 1 in unserem Team man wir haben Platz 1 im Team nein er schreibt sogar ja oh nein ich hab geschrieben er bleibt Leute er bleibt man wir kommen zur zweiten Runde mit Cotty mit Cotty mit Cotty ok gerne willkommen Leute jetzt nochmal Final Rush gleich gleich Mitte gleich gleich Mitte alles klar gleich Mitte nicht gleich Mitte ok Cotys Videos haben immer eine korrekte Aussprache eine kurze und vor allem Grammatik oh ja genau als ob die beiden... ey die drücken einfach die Combo oh der schreibt XD lord was das für ein Randy man RRRRRRRRRR Kalkers Team, ey, Gabe, das ist ziemlich unfair. Ich wollte gerade die Mitte targeten. Gabe, das war unfair. Ich wollte eigentlich targeten. Oh nein, Gabe ist ein Lager. Oh ja. Holy shit, Alter. Lass mal gesteckt, Digga. Fallen den Rush gleich gleich Mitte, Leute. Gleich gleich Mitte. Gleich geht gleich Mitte, Leute. Habt ihr einen alten Block vor? Warte, warte auf, jetzt kommt Auto-Kicker-Skill. Habt ihr einen alten Block vor dem Bett? Nein. Okay, ich treff ihn halt einfach gar nicht. Geh, spawned. Digga, hab ihn. Der letzte Team. Nice Teamwork, Johannes. Nice Teamwork. Wie heißt nochmal nicht Mitte? Ja, ich war's. Sorry. Sorry. Du musst die Folge nennen, du dir gleich Mitte. Du, du dir gleich, gleich Mitte. Gleich Mitte FNA, halb bis 10. Oh, ich hab Mitte getötet! Ich hab Mitte getötet! Cody, willst du noch eine dritte Runde machen? Nee, das gibt erstmal einen Forum-Report. Ich muss das auch. Das gibt einen Forum-Report. Oh, ich hab's runtergelaufen. Ich hab's nicht getötet. Oh, ich hab grad... Oh, ich hab grad... Oh, mein Gott, Mann. Das war's mit den saftigen Boys hier. Schaut auf deren Clan-Kanal vorbei. Hey, oh, Timo hat gestrickt. Oh, okay. Okay, ciao. Sagt alle schön brav. Tschüss.